Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie bei uns sind. Was bedeutet der Jazz für Sie ganz persönlich? Das ist Musik, die ich selber gerne mag. Ich gehe gerne zu Jazzkonzerten und zum Beispiel Elbjazz, was ja auch jetzt stattfindet, ist eine ganz großartige Veranstaltung. Schon wegen der malerischen Kulisse, aber natürlich erst recht wegen der vielen sehr unterschiedlichen Musik, die man da tagelang hören kann. Und sowas gibt es immer wieder und das ist ein schöner Teil meines Lebens. Das heißt, Sie sind ein bisschen stolz, dass es hier in Hamburg stattfindet? Ich bin sehr froh darüber, dass das hier in Hamburg stattfindet und ich hoffe, dass das immer so einen wechselseitigen Effekt hat, den Jazz in Hamburg voranzubringen und gleichzeitig natürlich auch viele nach Hamburg zu locken. Dankeschön. Schönen Abend noch. Tschüss.